Ja, wo ist sie denn? Oh, da kann ich wieder Dart spielen. Sehr gut. Nein, 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 ich will noch nicht wechseln. Ich bleibe erstmal auf Eric. Eric ist cool. Okay, hier könnten wir uns wieder besaufen. Was habe ich da jetzt gekriegt? Oh, falsch. Freund von Jackness, da? Okay. So, dann schauen wir mal. Das sind 400. Das sind weniger. Das sind nämlich 200 Meter. Dann machen wir erstmal das Bare-Nuckle-Liga-Dings. Was ist da? Mist, da hinten ist auch einer. Achso, das ist Jacknessar. Oh, okay. Ei, 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 ei. Ja, ich höre. Son of a fuck. Okay, okay. Also, was wir hier auf jeden Fall lernen, ist auf britischem Englisch fluchen. Wer bist denn du? Okay. Da drüben komme ich nicht hoch. Ein Minimarkt. Nichts. Geh zurück zu meinem Post. Be calm. Pretend ich bin ein altes Freund. Die Leute werden sehen. Are you a dead sick? Wenn du bist, ich kann dir deine Hilfe nutzen. Warum nicht die Probleme sagen, was der Problem ist? Dann sehen wir. Ich volunteer für diese Organisation. Ich würde es nennen, eine Untergrund-Charität. Wir helfen un-dokumenten Immigranten. Avoid deportation. Ich mache ein Effort to stay in touch with those I've helped, but lately, I haven't been able to reach any of them. I'm concerned about them. Don't worry. We'll look into this charity. Make sure there's no funny business. No funny business. Ja. Nein. 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 Ich muss halt nur gucken, ob ich sie jetzt alle rekrutieren kann oder so. Nein. Hm. Da. Warum nicht die Problemen sagen, was der Problem ist, erst? Dann sehen wir. Ich denke, Albion hat mich ziemlich gut verletzt. Ich arbeite in einer der Schleuchte, aber etwas in der Schleuchte mir gab es rastet. Und ich meine, all over. Das ist einfach so. Ich habe meine Verkaufs, aber es ging nicht mehr. Insufficient evidence, sie sagten. Mein Arsch. Aber erstmal muss ich hier das andere komische Ding machen. Boah, ich hasse das. Ich hasse mich dafür, dass ich gerade jeden kontrolliere, ob ich den rekrutieren kann. Mit so highen, aber mit so heif. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Ah, zu viele! Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich weiß nicht, was ich nicht? Sie sind ein Teil der DEDSEC? Vielleicht können Sie mir helfen. Warum nicht die Probleme sagen? Dann sehen wir. Mein Freund und ich waren ein Teil der Stand-In, für mehr Aufmerksamkeit in Albion. Aber die letzte Protest wurde falsch. Albion die Truncheins ausfahert und meine Freundin, bis sie eine Ambulanz brauchten. Wir waren gesagt, sie sterben. Aber sie werden niemanden sehen. nicht nur ihre Familie. Das ist einfach schrecklich. Ich wollte nur wissen, was passiert. Sag dir direkt. Hilf mir, dieses Mal zu resten und ich werde dir einen. Oh, das ist schlecht. Wir versuchen, dir helfen zu helfen. Hm. Wir sind gute Leute. Wir helfen. Dies sah böse aus. Be calm, pretend I'm an old friend People may be watching Whoa, are you with DedSec? If so, I've got an offer for you I want you to go all Avenger on the mobster that betrayed me Not really an assassin Look, I understand I'm just a thief myself Well, I was Stole cars for this thug I tried lifting this superlux ride and everything went sideways The boss left me for dead and drove off in the car Irgendwas ist gerade komisch mit dem Ton gewesen Es hat sich sehr komisch angehört Ich laufe in die falsche Richtung Okay, ich muss da irgendwie reinkommen Getting close Out of the way Hey mate, you look tough enough How do you feel about fighting someone worth your time, eh? Yes, I'm hearing you The ruling champ here She's a fucking maniac I'm telling you It's like she's not even safe to watch sometimes It's brilliant, honestly I've had to throw out a few times for attacking a bleeding audience What? Swear on my mother's life She's totally unpredictable But that's what makes it fun Seriously I'd love to watch a fight you You look like you can own your own, right? Tue ich das? Bare Knuckle Tutorial Ähm, okay Probiere ich mal aus Ist ne Nebenmission Muss gemacht werden Mit seinem scheiß Turnbeutel Die ganze Zeit Das sieht so lächerlich aus Nicht mit meinem Turnbeutel Oh, shit And that's a solid blow there Just like a proper live highlight reel How much? I can't get murdered in there Come on Bäm Hab ich ihm gerade aus Versehen Das Gemick gebrochen Oder war das komische Physik Was ist das? Wow Oh 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 Could that be the win Right now Okay, okay, okay. Arsehole? Hattest du mich gerade Arsehole genannt? Arsehole! 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 Okay, die sind jetzt bisher noch nicht so schwer. Hat die Granaten am Gürtel? Oh Gott. Ich glaube, die hat Granaten am Gürtel. Aber warum? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Okay, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Boah, wie fies mit dem Gas! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Okay, dann kann ich Emotes machen. Kämpferauswahl. Äh... Bare Knuckle Amateurkämpfer. Bringt Gegner ins Taumen. Verletzende... D-d-d-d-d-d... Okay. Ich nehme erstmal alle. Okay, was haben wir denn hier jetzt als nächstes? Ich glaube, das ist das Nächste. Du stehst ja so komisch. Kann ich mit dem Ding eigentlich fliegen? Kann ich mit dem Ding eigentlich fliegen? Ach, nice! Wie hoch komme ich denn? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich runterfalle, aber... Ah, okay. Höher geht nicht. Wie komme ich wieder runter? Okay, mit Steuerung. Okay, das ist schon geil. Das... Das ist schon nice. Ah, ich brauche dringend irgendwie einen Shop oder so. Ich brauche das, aber... Ich bin oben. Haha, ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Okay, aber das mit dem Fliegen ist schon nice. Ich hoffe, das Ding stürzt nicht einfach so ab, ne? Wie teuer hier wohl so eine Wohnung ist. Stimmt ziemlich teuer, ne? Die sind da hinten, okay, unten. Okay, das war doof. Hier ist noch Müll. Aber hier komme ich nicht rein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das war's für heute.